Dieser Brexit, also der Austritt der Briten aus der EU, ist ein ganz klares Zeichen, dass die Bürger sagen, so geht es nicht weiter, diese EU hat nicht mehr unsere Unterstützung. Wir müssen es ganz selbstkritisch jetzt zur Kenntnis nehmen. Die Politik muss umschwenken, sie braucht mehr Bürgernähe, sie braucht mehr Regionalität. Das ist die richtige Antwort. Jetzt auf die Briten zu schimpfen, hilft uns nicht weiter, weil ich überzeugt bin, dass weitere Länder wackeln und weitere Länder sagen, wir wollen uns so nicht weiter behandeln lassen. Das heißt für uns als Freie Wähler ganz klar, wir gehen unseren Weg weiter zu fordern, TTIP und CETA, diese Freihandelsabkommen zu stoppen. Wir machen dazu ja auch Unterschriftenaktionen. Wir fordern genauso, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu stoppen, denn es macht keinen Sinn, mit der Türkei einen Beitritt zu organisieren, während auf der anderen Seite Kerneuropa-Länder wie die Briten, wie die Holländer diese EU verlassen wollen. Wir müssen Europa retten. Das geht nur mit mehr Dezentralität, mit mehr Bürgernähe, aber mit dieser Bürokratie machen wir alles kaputt.